こうやって HERO WITHOUT HALF... Half Shell... okay start Vielleicht geht das Level hier ja ein bisschen besser bei uns Nicht so weit, danke. Nein! Ach! Aber bis hierhin ist es ja schon mal relativ einfach. Oh, jetzt wird es schon schwieriger, jetzt kommt hier ein Messer dazu. Ach, Mann, du Penner! Kann ich nicht? Oh. Ja, das war gerade ein bisschen doof. Dieser dämliche Film-Filme-Klaus da oben. So, wie kann ich jetzt? Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, wie kann ich... Ach, Mann, ey! Hä? Hä? Was ist das denn jetzt hier? Mann! Ja, ja, danke. Das ist schon wieder so eine kacke Musik. So eine nervende. So, jetzt weiter. Und direkt weiter. Ui! Oh, Mann! Ich hätte doch da runtergekommen! Warum ist denn der Typ hier so kacke? So, jetzt aber. Jetzt aber. Direkt runter! Nein! Ach, Mann! Du solltest doch direkt auf die Plattform gehen! Warum machst du das denn nicht? Ah. Springen! Springen! Warten, warten, warten! Springen! Gott sei Dank. Oh, Checkpoint! Checkpoint! Gib mir den! Das ist meiner! Den hab ich hier verloren. Ah, nein. Ja, blöde Schild hier. Äh, ja. So, so. Oh Gott. Das ist aber auch furchtbar hier. Oh, stimmt. Hier sind ja noch Messer. Ja, tschüss Körper. Mach's gut. Ist ja auch nicht so, dass ich dich wiederholen wollte. Was war das denn gerade? Das war also gut. Checkpoint. Ja. So, gib mir mein Bein wieder. Danke. Wie zum Urz. Hör auf, die Maus zu verschieben. Ist wahnsinnig. Nicht, wenn ich hier am Spielen bin. Oha. Oh. 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 Oh, Hilfe. Oh. Ja, jetzt. Wieder zurück. Achso, jetzt komm ich hier lang. Gut. Achso, jetzt komm ich hier lang. Gut. Ich muss da rüber. Achtung. Hilfe. Nein. Hör auf damit. Hab ich da gerade Goal gesehen? Schön wär's, aber ich glaube, irgendwie nicht. Ich glaube, ich hab mich da verguckt. Au. Äh, ist ein Checkpoint, was ich da gesehen hab. Okay. Ja, äh, so nicht. Also, du musst von dieser Plattform auf diese springen. Und dann musst du hier nicht runterfallen. Arschloch. Oh. Entschuldigung. Egal. Dürf kleine Kita eh nicht puffen. Mann, jetzt reicht's aber. Jetzt muss ich hier mal wieder ein bisschen konzentrierter. So, so. So. Jetzt direkt da hin. Oha. Da war ja was. Ja. Da war nämlich was, äh, womit man seinen Kopf verlieren kann. So. So, deswegen gehst du jetzt sofort da hin. Ja, verlier doch einfach deine Beine. Ist gar kein Thema. Ist ja nicht so, dass du mal dich noch brauchen. Oder deine Arme jetzt. Brauchen wir ja alles nicht mehr. Dann kommt man ja nicht leichter da durch. Irgendwie hier, an diesem Start hier, ist das so ein bisschen ruckelig. Und dann so ab hier geht's dann wieder. Dann läuft's dann flüssig. Ui, das war knapp. Okay, da ist der Checkpoint. Und go! Ah, jetzt bin ich da auf Seite gegangen, weil ich dachte, der wird uns treffen. Und dann bin ich da aus Versehen. Äh, ja, weißt du schon, hast ja, hast ja gesehen. Du hast dich ja gesehen. Ja, egal. Arme ist wirklich, Arme ist wirklich scheißegal. Aber wenn er nicht springt, das ist dann nicht scheißegal. Das finde ich dann sehr scheiße. Oder wenn er nicht weit genug springt, der feine Herr. Wenn er irgendwie keinen Bock hat, einen Meter weiter zu springen. Wenn er lieber stirbt. Und dann... Oh, meinung, 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 meinung. Oh, meinung, meinung, meinung. Oh, meinung, meinung, meinung. So, nein. So, nein. Okay, und da, runter mit der, komm schon! Klinge, loch, 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 Checkpoint, Checkpoint, oh Gott sei Dank, Gott sei Dank, hier passiert gar nichts, ist ja unfassbar, dass jemand nichts passiert, ich habe jetzt eher damit gerechnet, dass die Plattformen hier irgendwie einsinken oder sonst was, komm ich denn, na jetzt muss ich hier mit dem Kopf lang, hat super funktioniert, hat super funktioniert, Mann, du Spinner ey, hat super funktioniert, Mann, du Spinner ey, so, Kopf, oh was soll das denn, vor allem diese komische Fresse, die da die ganze Zeit kommt, wenn man stirbt, zum Glück nicht nervig oder so, oh Gott sei Dank, ja und jetzt, kann ich hier, ich kann hier drüber, oh Gott sei Dank, oh, ich komme doch da nie durch, Ui, 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 nein, oh, willst du mich verarschen, willst du mich verarschen, ey, come on, warum kann ich den da selber nicht, ja, ja, toll, warum kann ich den da nicht als Ganzes durch, das wäre doch viel cooler, aber ne, aber ne, klatsch ich kriege noch einen Anfall, ich kriege echt noch einen Anfall, ich nehme jetzt gerade mal seit 34, aha, seit 34 Minuten auf und, boah, ich, ich könnte schon wieder ausmachen, ganz ehrlich, 6 und auf an 6 Ja, jetzt ist es mir egal, weil jetzt können wir hier, jetzt haben wir so wenigstens aufgucken. Können wir wenigstens weitergehen. Checkpoint, Gott sei Dank. Okay, dann wollen wir mal. Na. So. Wir müssen hier durch, wenn das, ne, weißt du schon, wenn das hier frei ist. Also jetzt. Checkpoint. Und go. Das war ein bisschen zu spät. Aber ging noch gut. Ja, hu, dich selber. Boah, ernsthaft. Genau in das Loch rein. Willst du mich verkackern. Was? Oh. 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 Ah, wir hätten das schaffen können, sogar. Also so als Kopf, meine ich jetzt. Ja, so mit Kopf und Oberkörper, dann ist das Kacke. Aber ich muss ja gerade mal was ausprobieren. Das, also das hier, dass man da hinter durchgehen kann, das ist praktisch, weiß ich nicht. Das erschien mir gerade irgendwie als praktisch, aber ich weiß nicht warum. Mal warten. Und zack. Und zack. Und... Ah, Kacke, mein. Da ist ein Goal. Warum kann ich jetzt da lang gehen? Warum kann ich hier lang gehen? Warum kann ich hier lang, warum gehe ich hier lang, weiß ich nicht. Eine Tür. Hallo? Noch mehr Türen. Da ist... Keine Ahnung. Und da ist hell. Wir gehen ins Helle. Warum kann ich hier lang? Was gibt es denn hier? Hä? Warum... Hä? Oh, geil. Wir leben noch. Aha. Ja, dann trägt wir das. Da ist der Hauptweg. Oder ist der Hauptweg. Da ist der Hauptweg. Oh... Toll. So, wie kommt, wie kommen wir denn jetzt hier vorbei? Ohne aufgeschlitzt zu werden. Aber es ist so. Wenn ich da reingehe, sterbe ich. Na toll, jetzt muss ich auch mal hier vorbei. So, und... Go! Yeah! Das mal hier durch, und da durch, und da durch, und da durch, und da... Nicht ganz so schnell. Oh, langsam. Okay. Ich glaube, ich spring hier durch. Oder da durch, oder ist es egal, ich weiß es nicht. Hat funktioniert. Ja, jetzt am besten ohne geschnitten zu werden, hier durch. Dankeschön, das hat ja super funktioniert bisher. Nicht so weit. Das kann gefährlich enden. Ja! You made it! Oh yeah! We did the mods, wir haben es geschafft! Bam, 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 bam! Continuierung. Stell hier raus. Stell hier raus, hier. Level complete. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Boah. Hm.